Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Waffenguide. Heute wird es um Exotic Weapons gehen, die ja mit 1.6 ins Spiel finden. Und ich werde euch zum einen erzählen, was diese Waffen für ein besonderes Talent haben. Und ich werde euch erklären, wie dieses Talent funktioniert. Doch bevor wir jetzt gleich loslegen, noch zwei Kleinigkeiten in eigener Sache. Das erste ist, dienstags, donnerstags und sonntags, immer um 20.30 Uhr, wird bei mir auf Twitch gestreamt und zwar The Division. Und heute ist Donnerstag, sprich heute Abend gibt es auf Twitch einen Stream über The Division. Und da würde ich mich freuen, wenn er reinschaut. Des Weiteren ist es so, ich werde hin und wieder oder ich habe hin und wieder auch mal spontan gestreamt. Und da wäre es ganz clever, wenn ihr mir auf den sozialen Netzwerken folgt. Das heißt auf Twitter oder auf Facebook, denn da kündige ich normalerweise die Streams immer an. Und da verpasst er dann eben auch keinen Stream mehr. Die zweite Sache ist, ich hatte vor längerem ein Format bei mir auf dem Channel, das habe ich Angespielt genannt. Und ich habe mir gedacht, ich würde dieses Format ganz gern wieder aufleben lassen. Denn ich habe ja in letzter Zeit auch mal was anderes gezockt, außer nur The Division, zum Beispiel For Honor oder Dropzone. Und das hat mir ganz gut getan und da habe ich mir gedacht, wäre es eigentlich eine coole Sache, dieses Format wieder aufleben zu lassen. Und es funktioniert so, dass ich Early Access Games spiele oder Games in der Beta oder gerade frisch erschienene Games. Und die spiele ich eben dann ein paar Mal an, drei, vier, fünf, sechs Mal und stelle eben die Videos online hier auf YouTube. Und da könnt ihr reinschauen und könnt euch einen Eindruck von dem Game verschaffen und schauen, ob das vielleicht was für euch ist. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug gelabert. Gehen wir mal hier direkt zur Tenebrä. Das ist nämlich die erste Waffe, die Tenebrä, die kennt ihr natürlich schon als Named Weapon. Und die Named Weapons, die werden ja jetzt in Zukunft umbenannt in Exotic Weapons. Und die Tenebrä ist eine davon und die Tenebrä, die hat folgendes Talent. Jedes Mal, wenn ihr einen Schwachpunkt eines Gegners zerstört, also zum Beispiel bei den Cleanern den Gastank, dann ist es so, wenn dieser Gastank explodiert und durch euch zerstört wird, wird der Cooldown von euch und eurer Gruppe zurückgesetzt. Und dieser Cooldown, der ist alle zehn Sekunden mit dieser Fähigkeit zurückzusetzen. Sprich, das ist eine wirklich gute Sache, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid mit eurer Gruppe und eben entsprechend einen Schwachpunkt zerstört. Dann bekommt die Gruppe eben diesen Cooldown Reset und das macht die Waffe eigentlich zu einer ganz guten Wahl. Bleibt die Frage, ob die Tenebrä, die ja auf der Basis von der Ska-H basiert, dann letzten Endes im Spiel sich auch wirklich so gut durchsetzt. Vom Prinzip ist dieses Talent aber kein schlechtes Ding. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal die Waffe und dann zeige ich euch die nächste Exotic Weapon. Die nächste Waffe, die ich euch vorstellen möchte, ist die Caudekius. Und die Caudekius wird künftig die Waffe für Heiler sein. Denn das besondere Talent funktioniert wie folgt. Jedes Mal, wenn ihr auf ein Ziel kritet, bekommt ihr und eure Gruppe ein Prozent der Fertigkeitenstärke von euch als Heilung wieder. Und das ist doch enorm, denn wenn man überlegt, ihr seid unterwegs, sagen wir mal mit 280.000 Fertigkeitenstärke und ihr kritet dann, dann bekommt ihr und eure Gruppe eben 2.800 Heilung. Das Ganze funktioniert alle 0,2 Sekunden und ist wirklich enorm. Das Ganze würde natürlich auch funktionieren, wenn man als Full-Supporter unterwegs ist. Denn in beiden Fällen hat man wirklich sehr wenig Schusswaffenwert. Ich zum Beispiel hatte auf dem PTS einen Full-Healer mit dem Reclaimer-Set und ich hatte nur 2.800 Schusswaffen. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und dafür hatte ich eben entsprechend viel Fertigkeitenstärke und konnte so meine Gruppe weiter mit Heal supporten. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Bei der Waffe würde ich dann zum Beispiel hergehen und würde sie so weit, wie es irgendwie geht, auf kritische Treffer Chance fitten. Denn der kritische Treffer Schaden ist unerheblich, weil der Schaden, den ihr mit der Waffe macht, sowieso egal ist. Weil der Effekt eben nicht abhängig ist von irgendwelchen Schadenshöhen, sondern rein davon abhängig ist, wie hoch eure Fertigkeitenstärke ist. Das zweite ist so, als Full-Heiler macht man sowieso kaum Schaden. Also ich muss sagen, mit meinen 2.800 Schusswaffen, die ich da noch hatte, war der Schaden wirklich erbärmlich. Aber ich habe halt extrem stark geheilt. Und diese Waffe, also die KOD-Qs, würde das Ganze eben entsprechend noch unterstützen. Und dazu gibt es aber auch auf jeden Fall einen Guide, also sprich zu dem Full-Healer. Das wird dann kommen, wenn 1.6 online ist und ich mir das Ganze nochmal in Ruhe angeschaut habe. Und dann bekommt ihr eben entsprechend einen Guide. Und da seht ihr hundertprozentig die KOD-Qs wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Pagan in der Hand. Und bei der Pagan war es so, dass ich die in der Vergangenheit sehr, sehr gerne gespielt habe. Doch mit 1.6 bekommt sie ein besonderes Talent. Und dieses besondere Talent wird dann dazu führen, dass die Pagan im Grunde einen Nerf erhält. Und deswegen werde ich wohl mich in Zukunft umorientieren. Wird wahrscheinlich ein Sturmgewehr spielen oder dergleichen. Musste ich mal sehen. Jetzt werden wir aber erstmal auf dieses besondere Talent der Pagan kommen. Bei der Pagan ist es so, dass wenn ihr ein Ziel zur Strecke bringt, ihr 20% mehr Kugeln ins Magazin bekommt. Und zwar ausgehend von der Normalanzahl eures Magazins. Das heißt, ihr tötet ein Ziel, ladet nach und habt dann entsprechend 20% mehr Kugeln. Es ist auf keinen Fall so, dass wenn ihr jetzt nochmal ein Ziel mit der Magazinfüllung zur Strecke bringt, ihr nochmal zusätzlich 20% bekommt. Also es wird nicht so sein, dass ihr das Magazin größer und größer und größer werden lassen könnt. Das passiert auf keinen Fall. Sondern ganz wichtig ist, dass nach dem Nachladen ihr immer ausgehend von der Normalanzahl ihr eben diese 20% berechnet bekommt. Wenn ihr jetzt beispielsweise mit einer Magazinfüllung zwei Ziele zur Strecke bringt, dann bekommt ihr entsprechend natürlich auch zweimal 20%. Auch wieder natürlich ausgehend von der Normalanzahl des Magazins. Das ist gleichzeitig eine gute Sache, eine interessante Sache, weil ihr natürlich nicht so schnell und so oft nachladen müsst. Andererseits muss ich auch sagen, es ist natürlich so, dass diese mehr Kugeln im Magazin zwar den Damage over Time heben können, aber in der Realität wird es so sein, dass ihr natürlich nicht irgendwie drei, vier, fünf Gegner mit einem Magazin zur Strecke bringt, sodass sich das auch wirklich unterm Strich dann immens lohnt und da natürlich dann auch ein mehr Gewinn an Schaden ist. Und deswegen ist meiner Meinung nach die Pagan großer Verlierer dieser Änderungen, also dieses Wandels von der Named Weapon zur Exotic Weapon und das finde ich sehr schade. Und die nächste Waffe, die ich hier in der Hand habe, ist die Cassidy. Die Cassidy ist eine doppelläufige Schrotflinte und das besondere Talent bei dieser Waffe ist, dass wenn ich schnell zweimal hintereinander abfeuere, dass beide Läufe entleert werden. Sprich, man schießt nicht nur eine der Schrotladungen ab, sondern beide Schrotladungen und damit bekomme ich nicht aufs Ziel nur acht Pallets, sondern ich bekomme aufs Ziel insgesamt 16 Pallets und das macht in diesem Burst natürlich einen enormen Schaden. Andererseits muss man sagen, dass natürlich das Nachladen der Cassidy jetzt relativ lange dauert und so wirklich konkurrenzfähig ist dadurch die Waffe nicht, auch wenn sie natürlich mit diesem Abfeuern der beiden Läufe einen enormen Burst, wie schon gesagt, erzeugt. Aber gut, ich glaube nicht, dass wirklich jemand mit der Waffe auf Dauer spielen wird. Ist dennoch ein besonderes Land und ist dennoch eine Exotic Weapon hier, die Cassidy. Und deswegen stelle ich sie euch hier vor. Und die letzte Waffe, die ich euch gerne für heute vorstellen möchte, ist die Historian. Und die Historian gehört meiner Meinung nach eher zu den Gewinnern, wenn es darum geht, dass man aus den Named Weapons Exotic Weapons macht. Denn bei der Historian ist es so, dass der Basisschaden gleich bleibt und sie ein besonderes Talent bekommt. Das bedeutet, dass wenn ihr ein Ziel trefft mit einem Projektil, dann bleibt die Kugel im Ziel stecken und explodiert nach einer Sekunde. Und die Stärke der Explosion sind 700% von eurem Schusswaffenwert. Das heißt, diese Waffe ist auf jeden Fall was für Damage-Dealer. Denn normalerweise ist es so, dass man als Damage-Dealer sehr viel Schusswaffenwert hat. Und dementsprechend hoch kann dann die Explosion sein. Die kann durchaus 30, 35 oder 40.000 Schaden machen am Gegner. Ist also auf jeden Fall ein schöner Damage-Boost für die Historian. Und ist meiner Meinung nach auch wirklich ein sehr, sehr gutes Talent. Ob die Historian sich dann allerdings durchsetzen wird gegen zum Beispiel die M700 Carbon, das muss man einfach mal im Verlauf sehen. Denn immerhin kann man die Historian nicht vollständig modden. Und das finde ich persönlich zum Beispiel ein Nachteil bei den Named Weapons oder in Zukunft eben bei den Exotic Weapons, dass man die eben nicht voll modden kann. Das wäre durchaus noch eine Sache gewesen, die die Entwickler hätten einbauen können, dass man entsprechend alle Exotic Weapons auch vollständig modden kann. Schauen wir also mal, ob die Historian da konkurrenzfähig sein wird. Lassen wir uns überraschen. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende des Guides angekommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben. Und denkt dran, heute Abend 20.30 Uhr findet der Stream statt auf Twitch. Einen Link findet ihr auf jeden Fall in den Kommentaren. Und jetzt am Ende gibt es wie immer noch zwei Videos von mir zu The Division, die euch noch ein bisschen besser über das Game informieren. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Euer Lathan. Ausmacht. 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 Vielen Dank.